Äh, ja, also das jetzt wird unglaublich zusammengeschnitten werden, nochmal mit dem eigentlich. Weil, ähm, ich ganz schön failen werde. Wenn ich das mal irgendwann fertig habe. Also wenn hinterher nur noch hütendes Schweigen ist, nicht nur. Ich werde aber nicht unbedingt in der Hocke durch. Ähm, kannst du auch fest schlagen? Warum geht's? Ich lege wieder auf. Ah, ich hab's eigentlich gestern ausgemacht. Aber, also, dann hast du's wieder angemacht. Ich weiß nicht, aber hier knurrte gerade ein Huhiger. Ich weiß, dass ich eigentlich nicht kann, aber hier sprach ein Huhiger. Wir sind, ähm, sprachen hier nur. Kasse dich. Das weißt du auch. Ja. Ah. Mal gucken, wie gut ich jetzt wieder treffen werde. Ja, es ist sehr gut genannt. Kann rauskommt. Ahaha. Mann. Leiter. Leiter. Fuck you. Leute, du läufst, ich bring dich nicht fest vor. Wenn du eine Leiter schräg hoch gehst, wenn du deinem Kopf kriegst, voll. So wie, äh. Aber du hat... So wie Dings es verdient hat. Im Kopf unter... Ich hab das Vieh geschlagen. Ich hab deinen schwarzen Arm vergessen! Mann! Wie heißt der? Ich bin nicht da! Heißt fast wie ein Schauspieler. Als Maul. Fast wie ein Schauspieler. Wie man so schreit es? Morgen. Eins. Ich weiß, das ist das Schauspieler. Ich hab das mal... Aufhören? Ich hab nur ein... Dann nur zwei Bucher. Keine Ahnung, was weiß ich? Ich hab nicht geworfen! Komm genau vor meine Tür! Das ist... Oh! Wartenzimmer. Ich wollte nichts vorrennen. Ich bin nicht anwesend. Das hast du gut erkannt. Ich brauch schon wieder einen, äh... Ruhiger. Stopp! Arschloch! Ich kann nur rennen? Oder rennen? Komm! Ich hau auf dich ein! Oder hab ich dich getroffen, ohne dass du mir gescharrt hast, du Arsch! Gibt das auch so? Warte mal. Du hast... Du hast... ... wieder vor meiner Haustür... Wie war's noch bei Kat? Wer hat die Leiche vor meine Haustür geworfen? Genau. Ich find dem gleich auch mal was, wenn er unseren Arsch tritt! Ich komm dem da... ...hin! Und verprügeln den von der Wurzel aus! Mann! Jetzt sucht ihr... ...auf einmal... ...wenn da ihr gerade vor... ...5 Sekunden bevor ihr mich umgelegt habt... ...die Bombe hochgegangen ist... Komm, ich bin geschlichen, ihr Arschrein! Ich geh gleich mal zu nah an ihn ran! Es ist eindeutig nicht mein Spiel! Er war nicht mein Gegner! Mann! Ich weck mich gar nicht auf! Wer lässt sich dieses Wichsspiel einfallen? Wieder vor meiner Haustür! Und vor... ...218... Fick dich! Granate! Fick dich einfach! Komm, ich geh mich umlegen! Ich geh mich umlegen! Hier! Hallo! Danke! Wo eher radioaktiv als elektrisch... Dieser komische Faxe eh! Richtig! Wasser! Da, wo ich auch 10. aus mir reingefallen bin! So! Nicht wieder vor meiner Haustür! Der Kopf ist ein movies... wieder in den 9.�. Der Kopf ist viel von Trなたabend. ... und dann geht's den Lösch! Und dann geht's um ein... ... und dann geht's um... ... und dann geht's um auf dem Schiff! so kann ich nicht kaputt machen geht doch wenn ich neben mir selber stehe kann ich auch nicht das weiß ich ja nicht der weg ist ja nicht so lang nein darauf lieblingswaffe nehmen jetzt wird jeder umgelegt das andere richtung ich habe gerade aktivität wie man da jetzt innerhalb fast zehn minuten aufgenommen ja das war eigentlich richtig schnell es waren wieder wie viele versuche fünf sechs wo ist dein bruder ich hoffe ich bin so morgen der war morgen sagen gordon freeman wenn ich was hätte kannst du durch diese tür gehen erst mal wahrscheinlich vielen dank worden also durch türen gehen das ist ja das scheiße warum geht es auch zurück auf laden hey wir müssen ankündigen wir sind hier also in viel wäre sie dann schon verloren gordon millimeter noch aber ich so wie ich mich kenne werde ich mir zu weit gehen kommen wir wieder die ecke geschütten ich freue mich aber jetzt noch jeden meter wir machen sie leider doch hier das ist so ruhig zu wohl ich weiß ich wollte nur erst mal gucken ob sie vielleicht gegner sind bevor ich mich an den kisten vergnüge und dann kommt da jemand ich weiß ich weiß danke schön naja ich war ja jetzt mal jeden meter kommt meine hittingswaffe ein gewicht ich bin immer so ich muss rennen mann heist kultur und ich lege ja und ich mochte dieses spiel doch ich höre wen und was war das andere ich höre sie aber so ich habe ich kann mich halt nicht mehr zu ich bin hier auch so ich habe gerade funk leiter Pressen. Hi. Kannst man nicht weglaufen, wenn ich gerade... Danke. Noch jemand? Ich höre noch jemanden. Ich spreche aber immer noch. Lässt sie tot. Wassen. Das ist wahrerweise. Dann läuft der Kürstel. Das kippelt so, Mann. Und das... Nein, weil ich sie ausgemacht habe. Aber die kann ja nicht aus. Wo ist die doch hier runter? Ja. Schütt mir rein. Ey, ihr zwei. Helft mir mal. Deren Ärsche. Das 10.000 Schlägen endlich mal passiert. Ich erinnere nur an Forest. Quackschildkröten. Das kann ich nicht machen. Gut, dass ich sowas kann. Ja. Ja, das ist gut. Da sind die Leute. So, wie soll ich das denn schaffen? Also, in sich hat man... Oder auch nicht. Das war gut. Das ist wie mit deiner Leiter. Ja, das ist wie mit meiner Leiter. Jetzt kommt die Leiter. Jetzt musst du springen. Okay. Ein Versuch. Gut. Mann. Das kann man alles machen. Ja, zum Beispiel dieses Fuck-Monster. Welchen anderen? Ich habe keinen anderen gesehen. War ich so blind? Ja, ich habe ja Neues. So, das Vieh. Du stichst. Geht es mir das so? Ja. Ähm, Gordon. Jetzt muss ich bitte bleiben. Setzt. Du werfen. Ja, es ist gerade so jetzt, Leute. Danke. So einen kleinen Schaden. Kein Wunder, was ist das? Suche ich ja sonst nicht. Und das habe ich auch anfangs nie gemacht. Und trotzdem macht sie es. Meine Maus macht nichts. Und sie kürzt mich um einiges öfter. Nein. Man weiß nie. Man weiß nie. Hier ist der Stecker. Wie kam ich da überhaupt durch? So. Gibt es hier bestimmt das Loch? Und so hier. Da. Ah. So dann. Oh. Hallo, die Herren und Damen. Wo seid ihr? Oh. Da. Ich mache mir Licht für sie an. Oh, Zerschläge tot. Ließ mal nicht ich. Wieder trecken. Hast du schon? ich habe schon mit vier überlebt gegen die dreht euch da euren freund an ich nehme ihn auch mit geht leider nicht aber ich würde es tun und werfen euch vor nach motto hier so könnt ihr auch enden ich kann auch eine granate nach viel werfen mein freund du hast im roten nicht mehr unterblick junge ich vergesse es war bei der kode zu du musstest du nur einmal drücken dann kroch er dann musstest du nur einmal drücken dann stand er wieder auf gut dass ich den letzten beiden gelassen habe jetzt habe ich dir gegen die wand gesteuert und nur dort der teilweiten geladen nicht hier ist ja bald und rutsch Komm her! Kannst du jetzt mal sterben? Arschloch! Ich werfe eine Granat übernächsten Mal. Falls ich Spiegel habe. Geh hoch! Da ist noch einer! Was kann da? Was Granaten so alles bewirken können? Ich habe jetzt nur mal vorher gestartet, weil wir ja immer noch auf dem Weg zurück sind, um das zu zeigen. Da schwebt ein Doktor so mitten in der Luft. Für nichts! Für rein gar nichts! Der bewegt sich sogar, der ist am Leben! Komm mal bitte hoch! Heil mich! Ob das der hier ist? Kann sein! Gucken wir gleich mal nach! Bei mir war ja hier keiner gewesen! Überhaupt keiner! Ich bin ganz runter gegangen! Ja! Das ist richtig! Hier ist der Fackhund! Hier ist der Fackhund! Hier wären die Elektrofilier gewesen! Das ist das Wasser! Hier ist der Fackhund! Hier ist der Fackhund! Das ist das Wasser verdammt schwer gemacht! Ach! Leute! Und du weißt doch, ich habe mich so aufgeregt bei den ähm ... radioaktiven Flecken auf dem Boden! Warum habe ich es mir so schwer gemacht? Du kannst auch auf das Rohr springen. So, die habe ich nämlich genau vergessen. Ich hatte den Ding nicht gesehen. Weiter. Ja, ich bin seit dem Doktor am Drehen. Doktor, Herr Doktor. Runter mit dir. Runter mit dir. Bei mir hatte ein Teil da noch 2% Dings gehabt. Wo ist es hin? Da. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Doktor, Herr Doktor, helfen Sie mir! Ich weiß, er sieht den Monster zum Trass vor. Und hier ist wieder ein großes Klopfen. Hier liegt immer noch so geil hier. Oh, jetzt geht die Kacke wieder los. Aber eben hat es auch geklappt, mir die ganze Zeit mit der Taste. Ich weiß, aber ich habe die ganze Zeit die Taste hier gedrückt gehabt vorhin. Ich kann den Knopf betätigen, das weiß ich auch. Ich weiß, dass ich diesen Weg wieder gehen muss die ganze Zeit. Das ist zum... These are two. Er ist ... Hi. Du brauchst mich, du... Du brauchst mich, aber... Wo habe ich aufgemacht? Wo habe ich aufgemacht? I don't know. Was habe ich aufgemacht? Amnesia? Amnesia. Da habe ich mich auch gefühlt. Ich muss doch auch ohne Graf. Ich bin dann bei so einem Bombenstimmung, das war mit diesem Monster sehr. Ich muss nicht schlagen, Gordon. Ich hab mich auch schon unreliess. Nun, 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 nun. Hey, mein Kumpel! Es gibt Ruhe da! Rutscht die Hose? Boah! 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 Wenn der jedes Mal mich um die Ecke kommt, denke ich... Scheiße! Warum muss ich jetzt lang gehen? Ich muss die Leiter gehen. Oh, so geht's auch. Pfff! 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 Das hab ich auch mit normalen gebraucht. Lampen? Und? Und bei den Lampen nicht auch läuft. Doch! Ich weiß es nicht! Ich hab nix anders gemacht! Mann! Ui, sie sind nicht an bei dir! Sie sind an bei dir! Sie sind an bei dir! Ich geh jetzt an! Ja! Strom ist jetzt an! Hast du da auch was vergessen? Da war doch nix mehr! Ja! Hast du bei dir einen Raum, wo die beiden Befugungen auf dem Baden sind? Nein! Knappchen betätigt!